So, da sind wir schon wieder und das Spiel ist mir beim letzten Mal abgestürzt, mitten in der Aufnahme und das war sehr, sehr ungünstig und ich habe Gott sei Dank und glücklicherweise nochmal davor gespeichert, um dass wir genau jetzt hier weitermachen an der Stelle, weil hier habe ich zumindest aufgehört und deswegen konnte ich halt nicht weiter aufnehmen, weil anscheinend, ja, das Spiel anscheinend so ein bisschen rumgepackt hat. Keine Ahnung warum, ich weiß es nicht. Jetzt habe ich mal ein bisschen davor ein wenig eingestellt, ein bisschen rumprobiert und jetzt müsste es ein bisschen besser laufen. Ja, gut, weiter. So, hier haben wir alles. Ich würde sagen, Waffenwechsel. So, ein bisschen nachladen. So, und hoch. Ja, ich werde auch nicht mehr heiz zu lange, heiz zu lange, ich werde heute auch nicht heiz zu lange aufnehmen. Äh. Was ist das für einer? Ah, war das nicht, hm, da war doch was. Warte mal. Irgendwas mit Granatenwurf. Das hatte ich auf, äh, boah, ist das mir überlegen. Ich würde sagen, auf K. Natürlich, zack. Ja, komm her, ich hab dich eh gesehen. Ich glaube, ich verstecke mich mal. Am besten wieder. Ah, das war schon mal so der. Der nächste bitte. Ja, sehr schön. So, heilen. Bisschen Anzug-Energie. Wunderbar. Aber, bevor wir jetzt wirklich weitergehen, erstmal noch... Nee, da ist ja noch eine. Ich bringe da wie so'n Ninja hier rum. Trösst mich sowieso nicht. Endlich. So, weiter. Ja, dann haben wir hier noch... Ach, wir müssen das ja aktivieren. Ach, ja. He. Das wusste ich ja noch. Und zwar, wir müssen hier einfach dieses Rohr drehen. So, und ab geht's. So, wir werden es entführt. So, wir werden es entführt. Wo sollen wir bringen zum Zerher? Problem könnte gleich hier in unseren allen Medien einhalten sein. Es wird nicht mehr im Blick sein. Ach, ich wurde hier runtergeschmissen, ach ja, jetzt muss ich hier rauf. Schnell. Jetzt brauche ich eine Art Brechstange. Ach, da ist das Brecheisen, meinte ich. Und jetzt ist es mal hier runter. Ich sehe überhaupt nichts. Ach, Rutsch, äh, Rückstandsverarbeitung. Hm, naja, gut. Na, das ist ein Headcrap. Oder? Ich hab das, was ihm gehört. Noch einer. Komm her. Du wirst es mal natürlich das Wasser irgendwie ablassen. Ja, diagnostiziert. Wo war noch mal Taschendampe? Boah, das ist auch schon wieder so ein paar Tage her. Ja, das ist schon ein paar Tage her, wo ich gespielt hab. Ach, mit F, O. Und schon wieder radioaktives Zeug. Und frisst er ihn auf. Ja. So. So. Highlock. Ah, ich muss durch die... Ich weiß, wo ich hin muss. So, weiter hier im Text. Hier müssen wir nicht hin, wir müssen nämlich komplett nach oben. Und zwar komplett zurück. Und nochmal. Radioaktive Scheiße hier. Ja, es hat wieder nicht geklappt. Ich weiß auch, wohin wir müssen. Und zwar dort hinten. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ach, ich muss ja so drüber. Okay. Machen wir das mal. Kein Problem. Und jetzt geht's hier zur Sache. Ja, ich weiß nicht. Okay. Und das Fördermanns. Und hier durch, genau. Was wirkt hier hin? Wir müssen doch eher hier hin, hier runter. Ja, der hält nicht rein um die Luft. Oh, Feuer. Schwimm schneller, Freeman. Ich würde sagen, wir hören an der Stelle auf. Wir haben ein Kapitel geschafft und ich hoffe, das hat euch ein bisschen gefallen. Beim nächsten Mal, wenn wir dieses Kapitel beenden und schauen, wie weit wir kommen werden. Also Leute, haut rein bis dann und ciao, ciao.